Ich wünsche viel Spaß mit Newer Falling Wave und mir, dem nödligen Nintendo. Ja, ja. Ja! Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum geht er nicht weiter, warum geht er nicht weiter, der Depp. Das hat folgenden Grund. Wir müssen da mit Sicherheit oben in die Röhre rein. Das schaffen wir nur, wenn er so einen Fussi vereisen hat. Ich hab schiss, dass der da genau im falschen Moment wieder auftaut. Dann machen wir es lieber so. Ah, also. Ich dachte schon, ich eier da noch bis morgen rum. Alles gut, alles gut. Ähm. Nur werden wir da nicht mehr rankommen. Wenn ich noch groß wäre, dann vielleicht, ja. Weil die Safety 4. Also mit einem heftigen Sprung würde es theoretisch gehen, äh, dazwischen den Flammen zu landen. Aber ob ich das ausprobieren soll, Junge? Oho! 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 Das ist ein Gleichwert, oder? Das ist ein Gleichwert. Dagegen gibt es immer noch... Ohiuiui, du bist aber ein großer Oschi, du. Warte mal. Komm ich da... Oho! Das ist gemein. Level 14 Burning Bosch. Ja, solange mein Busch nicht brennt, ist alles gut. Okay. Niemals. Also, an diese Hundezungen könnte ich mich erinnern. Wenn's so wäre. Shit, man. Hat der Skabo irgendwie... Fetisch mit diesen Bohus, oder? Seien wir hier locker gestorben. Warte, so viele Pfeile hier an der Stelle. Ja! Da ist die letzte Starcoin hinter der Wand. Hier hinten ist eine Wand, die müssen die zerschlagen. Komm, arbeite für mich, Alter. Danke. Ach ja, übrigens. Ich zahle weniger als den Mindestlohn, ja? Ich hoffe, damit kommst du klar. Und Goombas mit Nikolausmütze. Geil. Es gab ja auch mal einen winterlichen Weihnachtshack. Habe ich auch in Part 1 erwähnt. Und ich habe ihn auch gespielt. Newer Holiday Special heißt das. Ich glaube ich 2012 oder 2013 gebracht. Alter, ist das schon lange her. Dang. Ah, und ich weiß sogar noch, dass ich nur den ersten Part, glaube ich, gebracht habe. Und dann ein Jahr später den zweiten. Willkommen zu einem kleinen Weihnachtsspecial. Frohe Weihnachten, meine Lieben. Na, war das Christkind schon da? Was habt ihr bekommen? Ne? War das nicht so? Äh... Nein. Was ist jetzt das hier? Ein brennender Weihnachtsbaum? Ne, oder? Hä? Was ist das? Eine Schneeflocke ist es auch nicht. Also für mich ist das auf der einen Seite eine Schneeflocke, also eine halbe Schneeflocke und auf der anderen Seite ein brennender Weihnachtsbaum. Aber ich glaube nicht, dass das den Tatsachen entspricht. Ah, von diesen Viechern da? Also die Schneekugel? Ach nein, ich hätte auf die Wolke gemusst und dann hätte man da hinspringen können. Oh no! Ob das jetzt noch möglich ist, da hinzukommen? Eigentlich geht es eventuell, wenn die Dinger respawnen. Ah, tun sie aber nicht, oder? Moment, Moment. Kann man nochmal zurück? Ah, nein. Ja, ne, dann glaube ich habe ich die Starcoin verkackt. Außer, warte. Warte, warte, da kommt gleich raus. Ah, die Dinger respawnen. Nicht. Was? Nein, wie bitte? Mario, du Vollidiot, was hast du getan? Nein. Ach fuck, die verschwinden in der La... Oh, okay, okay. Ja, super. Nice. Fürs nächste Mal habe ich mir auf jeden Fall einen anderen Hack rausgesucht. Und ich bin sicher, ihr werdet ihn feiern. Er wird so in etwa in einer Woche starten. Ihr könnt also schon mal euren Hype vorbereiten. Ja, und das war's mit Newer Falling Leaf. War auf jeden Fall ein schöner kurzer Hack. Nicht besonders fordernd, aber auf jeden Fall spaßig. Und darum geht es ja vorrangig. So, hier steht auf jeden Fall, dass wir alles geschafft haben. Alles gefunden haben. Dass wir ein super Player sind. Und ja, wir sind einfach die Geilsten. Ihr seid die Geilsten. Und yay! Bis zum nächsten Projekt. Ciao. Ciao. Ciao.